So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und heute eine ganz besondere Folge, ein Special, worauf alle gewartet haben Ramses Kitchen mit den 3 Spicy Nudeln Wir haben sie uns wirklich besorgt, die Limited Edition 3 Spicy Ihr kennt ja alle bestimmt die Samyang Bulldog Ramen Nudeln Da haben wir eine ganze Serie drüber gemacht, wir haben alle möglichen Sorten getestet Wir hatten ein Probierpaket mit 10 verschiedenen Sorten Da waren unter anderem die Samyang Cheese dabei Da gab es die Samyang Yiyang Dann gab es hier die Kimchi Es gab die Curry Es gab die 2 Spicy Das waren auch die allerersten, die ich jemals probiert habe von Samyang Bevor ich die ganzen anderen tollen Sorten entdeckt habe Und mittlerweile sind wir bei den 3 Spicy angekommen Samyang Bulldog Ramen 3 Spicy Dreimal so scharf Die normalen sind ja eigentlich die schwarzen, bevor es die 2 Spicy gab Es gibt auch noch Ice Type in so einer blauen Packung Die habe ich auch noch nie probiert, die habe ich noch nirgendwo gefunden Und mussten uns das jetzt auch extra aus den USA bestellen Über Ebay 50 Euro für eine Packung Samyang Nudeln Normalerweise kostet so ein 5er Pack vielleicht durchschnittlich 8,50 Euro Jetzt habe ich 50 Euro bezahlt Damit wir die 3 Spicy testen können Gleichzeitig möchte ich euch auch noch ganz kurz ein Shoutout geben Beziehungsweise eine Hintergrundgeschichte Wie ich eigentlich zu den Samyang Nudeln gekommen bin Denn seit Jahren wird mein Kanal ja nur noch über Samyang definiert Und jeder zieht mich auf mit Samyang Und auch die Zuschauer schicken mir regelmäßig über die Amazon Wunschliste Samyang Nudeln Ohne Unge wäre ich gar nicht zu den Samyang Nudeln gekommen Ich habe damals nämlich ganz oft Unge geguckt In den Streams, sonst was hin und her Die Highlights auf seinem Kanal Da habe ich selber noch nicht so viel gemacht mit YouTube Habe ich Unge geguckt Dann habe ich immer die YouTube Kacke Reactions geguckt Und der hat ja auch immer verschiedene Challenges gemacht Und Essen und so Sachen Und irgendwann hat er die schärfsten Nudeln der Welt getestet Die Samyang Und da bin ich erst mal auf die Samyang aufmerksam geworden Und nur durch Unge habe ich mir dann die Too Spicy zugelegt Und fand die so lecker, so genial und gleichzeitig auch so scharf Ich liebe scharf, ich esse gern scharf Aber nur scharf ist Mist Scharf mit richtig tollem Geschmack ist das Beste Ich war jahrelang Unge-Fan Habe hier auch das Schleerumfliegen Das liegt jeden Abend mit im Bett Der Adi randaliert so lange wieder da hinten Deswegen meine Frage an Unge Weil der guckt ja eh alle Videos von mir Kennt Unge auch die 3 Spicy Nudeln? Ich würde auch gern mal sehen, dass Unge die 3 Spicy Nudeln testet Ich habe ihn gesehen mit den Too Spicy Ich will sehen, dass Unge die 3 Spicy isst Wir werden die 3 Spicy essen Und würde sagen Jo, wie bereitest du die zu? Es steht eigentlich genau wie bei den Too Spicy hinten drauf 600ml Wasser Erhitzen Dann die Nudeln da reinpacken Für 5 Minuten 8 Löffel Wasser Dann bei den Nudeln mit drin lassen Dann die Soße drüber Das Ganze dann 30 Sekunden nochmal sozusagen wie anbraten Also nochmal erhitzen lassen Und am Ende dann schön die Flakes drauf Und alles was da drin ist Das wird kein großer Unterschied sein Von dieser Packung zu einer Too Spicy Packung Aber die Soße müsst ihr einfach mega reinballern Danke auch nochmal an jeden natürlich Der mich auf meinen Samyang Reisen begleitet hat Der immer geguckt hat Jeden einzelnen Samyang Test mitgefiebert hat Den ich selbst auch anstecken konnte Dass Leute von euch sich Samyang geholt haben Weil wir die immer so supportet haben Ich kann mir einfach keine besseren Rahmennudeln vorstellen Und vor allem keine Die auch so eine tolle Schärfe mit sich bringen Und auch so tolle Geschmäcker Jena ist ja auch ganz wild Jetzt wollen wir aber nicht mehr viel labern Wir machen die uns jetzt zurecht Kennt ihr die? Schreibt es mir in die Kommentare Samyang's Three Spicy Habt ihr die schon mal probiert? Und Unge Ich will sehen Dass du die Samyang's Three Spicy Dir auch mal gönnst Denn ich habe die Too Spicy durch dich kennengelernt Falls du nicht weißt Dass es die gibt Vielleicht erfährst du es ja irgendwie Und kannst sie auch mal testen So ich reiße die ja dann immer so auf Schmeiße hier in so einen kleinen Topf Eigentlich ist der Topf hier zu klein Die passen da nämlich gar nicht rein Wir nehmen natürlich die Flakes raus Wir nehmen natürlich die Soße raus Und dann will ich die hier reinlegen Und weil es nicht passt Drücke ich die immer mit der Hand rein Und da kommen jetzt 600 Milliliter Wasser drüber Ich messe das sonst nie ab Diesmal habe ich es abgemessen Um zu gucken wie viel wirklich 600 Milliliter sind Das ist knapp über den Nudeln So viel hätte ich sonst wahrscheinlich auch reingemacht Dass es halt in dem Wasser schwimmt Und jetzt Wir haben es schon falsch gemacht Wir hätten das Wasser erst zum Kochen bringen müssen Ich mache das jetzt so Ich will die auch immer noch schön bissfest haben Und nicht zu weich Adi Schatz nicht in die Nudeln Hier seht ihr nochmal die Packung Bullduck 3 Spicy von Samyang Samyang Bullduck 3 Spicy Das sieht alles so gewöhnlich aus So wie alles andere auch Aber hier steht dreimal Spicy Ich habe die ganze Zeit unter meinem Tisch Diese zwei fetten Kartons stehen Samyang 2 Spicy Da wurde mir nämlich ein ganzer Karton geschickt Mit 2 Spicy Nudeln drin von den Zuschauern Das fand ich richtig stark Oder genauso wie hier Samyang Bullduck Cheese Weil ich gesagt habe Das ist meine Lieblingssorte Die haben auch eine richtig geniale Schärfe Wurde auch geschickt Da ist auch noch ein bisschen was drin Wenn man jetzt mal reinguckt Da habe ich zwar jetzt hier die Maßküge verstaut Aber hier seht ihr ja noch Da sind immer noch 5er Packungen Cheese drin Da sind auch noch mal ein paar zu spicy Aber der größte Teil ist auf jeden Fall aufgebraucht Danke also an jeden Der mir immer die Nudeln geschickt hat Ich finde das so genial Und so stark von euch Das sind einfach meine absoluten Lieblingsnudeln So Adi chillt mittlerweile auf den Kartons Die habe ich nämlich wieder runtergestellt Weil die Nudeln werden langsam auch ein bisschen weicher Also ich gucke immer Dass die halt nicht so schlapprig sind Ich will die immer noch schön bissfest Ich würde sogar Wenn die so sind Würde ich die sogar wahrscheinlich schon direkt rausnehmen Weil die sind nicht mehr hart Die kannst du jetzt eigentlich schon essen Wir warten trotzdem noch mal ganz kurz ab Das Wasser hat noch nicht mal gekocht Man soll das 5 Minuten im kochenden Wasser lassen Ich würde die so wie die sind Jetzt einfach sogar schon nehmen und schlecken Dann kurz abgießen Und dann gucken wir mal Dass da noch ein bisschen Brühe übrig ist Die ich sonst eigentlich nicht habe So wir nehmen jetzt mal den Topf Wir gießen das jetzt direkt mal hier ab Und bevor wir das großartig ausschütteln Geben wir die Nudeln direkt wieder zurück in den Topf Damit da jetzt noch ganz viel Flüssigkeit dran ist Das sollen jetzt ganz improvisiert Acht Löffel sein So da schneiden wir das Tütchen nämlich auf Mit der Soße Packen wir es mal hier hinten hin Die sieht auch mega flüssig aus Ich habe die sonst eigentlich immer ein bisschen dicker In Erinnerung Die scheint aber flüssiger zu sein Auf jeden Fall ist sie wieder schön tief Schwarz Mega brutal Hoffe ich Normalerweise Verrührt man das jetzt denke ich mal ein bisschen Ich stelle das nochmal 30 Sekunden hier auf die Platte Also wir machen das mal hier ein bisschen rum Ich stelle das sonst nicht nochmal drauf Ich mache sonst die Soße drauf Und schmeiße mir die dann direkt rein Jetzt vermischen wir das hier mal ein bisschen Damit dann das Anbraten stattfinden kann Was heißt aber hier 30 Sekunden nochmal draufstellen Ich lasse auch sonst kein Wasser drin Ich tue die komplett abtropfen lassen Pack die hier rein Dass ich einen dicken Nudelbrei habe Die nehmen jetzt auch kaum die Soße an Die sind jetzt auch viel viel heller Als sie sonst bei mir immer sind Aber egal Packen wir jetzt hier drauf Normalerweise 30 Sekunden Ich weiß nicht ob ihr den 30 Sekunden sich noch so viel hier tut Dann haben wir immer noch die Flakes Die drauf kommen Und dann packen wir das alles auf den großen weißen Teller Den wir da haben So ihr hört das jetzt schon Hört ihr die Bratgeräusche Damit die Soße sich jetzt auflöst Was weiß ich Das Wasser verdunstet ein bisschen Da kommen schon die scharfen Dämpfe hoch So lassen wir das einfach noch ein bisschen drin Pipapo 30 Sekunden Was sind 30 Sekunden? Eine halbe Minute 30 Sekunden Halbe Minute 30 Sekunden müssten eigentlich schon um sein Jetzt fängt es nämlich an In den Topf hier schon rum zu machen Wir packen die einfach jetzt mal hier Auf den Teller Und bitte nicht mit einer Gabel in den Topf rumkratzen Das ist auf jeden Fall nicht gut für den Topf Macht es nicht wie ich Seid schlauer Schmeißt euch das jetzt hier drüben hin Es ist halt eine kleine Portion Da ist immer nicht viel drauf Deswegen wenn ich mir die Wenn ich mir die Käse mache Mache ich da immer gleich zwei Zwei Beutel mit einmal Wir hauen jetzt die Flakes noch drauf Erstmal Dann nehmen wir das Ganze mit rüber Und wollen das dann natürlich essen So ungefähr so Gut aufgeteilt ist auch anders Weil das hängt jetzt einfach alles da auf einem Berg Zipfel Jetzt würde ich sagen Nehmen wir das Ganze Guckt euch das an Three Spicy Packen das da hin Die Packung Holen wir auch noch hier rüber So Ich muss aber sagen Was mir zuerst auffällt Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht Da ich ja sonst die Nudeln Immer komplett abgieße Die Soße auf die Nudeln mache Es rumrühre Und direkt so dann aus dem Topf esse Ich esse aus dem Topf wie ein Höhlenmensch Ist immer so viel Soße an den Nudeln dran Und die sehen schön dunkel und brutal aus Dadurch dass ich jetzt natürlich das Die Soße auf die Nudeln gemacht habe Die noch mit Restwasser im Topf waren Auch wenn sie jetzt vielleicht weniger als 8 Löffel waren Und dann noch angebraten Nicht nur dass die ganzen Nudeln jetzt am Topf geklebt haben Unten und angebraten waren Äh angebrannt Die sehen halt auch so unscheinbar aus Also die sehen auf jeden Fall nicht so spektakulär aus Wie ich das jetzt eigentlich mir dachte Achso ich brauche ja noch Ich brauche ja noch ein aussagekräftiges Thumbnail Dann nehmen wir mal diese Tüte Und machen das mal so Und dann Behindert gucken Damit wir das als Thumbnail nehmen können Und jetzt würde ich sagen Ich nominiere den Ungene Dass der sich mal die Three Spicy Nudeln besorgt Äh weitetwegen auch aus Amerika oder sonst woher Und ist die mal so einen Teller Was halt sehr wenig aussieht Aber wir schlingen wir uns jetzt einfach rein Es ist schön angerichtet Ich habe halt nicht so eine geile Kamera Aber mal gucken wie es schmeckt Bin ich mal gespannt Die sehen halt nicht so saussiert aus Aber ich hoffe die sind jetzt nicht einfach nur trocken und scharf Ich will da richtig Aber ich traue mich gar nicht anzufangen So wir ziehen mal hier vorne ein bisschen was raus Der erste Schritt muss ein ganz besonderer sein Und dann ab dem zweiten Da kann man ja dann wie ein Schwein Einfach in sich reinstecken Mann Diese Nudeln machen mich kaputt Eine Gabel voll Also schmeckt Ja Wirklich Ja Wirklich Ich Du Ich 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 Schluckauf ist da. Schluckauf ist da. Es ist so schön. Ah! So, ich zeige euch einen ganz roten Finger. Der Teller ist auf jeden Fall leer. Das Essen hat auch nicht so lange gedauert. Haben wir den typischen roten Samyang-Mund. Und können auch mal die Brille abnehmen. Ja, dass ihr seht. Die Augen drehen auf jeden Fall. Schluck auf ist eine ganz natürliche, normale Reaktion. Ich finde es sogar eigentlich immer geil, wenn man Schluck auf hat, dass man wirklich merkt, oh es ist scharf, es ist scharf. Dass der Körper sich meldet und der Körper sagt, ey Bruder, was machst du da schon wieder? Ansonsten muss ich sagen, so blödes klingt, fand ich die gar nicht so scharf. Ich heule hier alles voll, ich habe Schluck auf, ich bin am Machen. Ich merke aber jetzt nicht unbedingt diesen riesen Unterschied zwischen Too Spicy und Three Spicy. Ich glaube, wenn, dann müsste ich nochmal die Too Spicy probieren. Die hätte ich irgendwie viel schlimmer in Erinnerung. Vielleicht hat man sich aber mittlerweile auch ein bisschen noch mehr Schärfe antrainiert. Als ich die Too Spicy damals auf der Toilette gegessen habe, habe ich da gehangen. Vorjahr oder Kopf war komplett im Eimer. Die müssten ja so um die 8.000 das Gewill haben. Das müssten jetzt um die 12.000 sein, wenn die normalen so 4.000 haben. Aber irgendwie steckt man das gerade an sich insgesamt besser weg, als ich damals die Too Spicy weggesteckt habe. Wir müssen auch nicht trinken. Mein Mund tut ein bisschen weh. Aber es war geil. Aber irgendwie war es auch ein bisschen trocken. Wenn ich das sonst nicht so anbrate, diese 30 Sekunden und das alles noch so ein bisschen in der Soße ist, ist es auf jeden Fall nochmal mehr Soße dabei. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich die wieder einfach in der Soße direkt lassen und die direkt aus der Soße aus dem Topf rausnaschen und auf dieses Anbraten verzichten. Denn ich merke nicht, dass es dadurch extrem schärfer wird. Aber es wird halt irgendwie dann einfach trockener. Und so habe ich lieber die Soße noch dabei. Habt ihr die 3Spice schon getestet? Schreibt es mir in die Kommentare. Würdet ihr die auch gerne mal testen? Schreibt es mir rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Adi Schatz.